weiter na dann versuchen wir es zumindest mal super mal über das rpg das klingt ja schon mal lustig machen wieso starten wir hier unten vielleicht ist das wieder so als erst mal oben landen muss damit man beim schießen da oben da oben für die platte wieder oben alles kommt wir machen das zu ende die erste runde geht an sie die zweite an uns weil wir haben dann paar zeuge ich habe die beiden geholt ja okay wenn du hast mal beide geholt feiner kevin ja aber dann darf ich auch mal ein bisschen glück haben auch wenn es so läuft ja du wirst wenn ich mal eben mal rein also wenn die jetzt oben stehen und wir unten dann gute nacht die luft zumindest im fall jetzt wahrscheinlich runter zu tot die nächste runde entscheidet jetzt seid ihr nämlich gleich der runde glaube ich kann nicht die gleich raus nehmen die dinge zu löschen aber dann bearbeiten halt ich weiß nicht ob man die noch mal bearbeiten kann das ist ja nicht meine ok wir stehen wieder doch nähe wir sind wir noch ok hat er immer erst mal in der luft gestanden ich bin tot ja ich gehe jetzt raus das hat ja keinen zweck hier und das ist ja also macht es keinen Sinn das gilt dann können wir jetzt draußen einfach noch ein Besuchung 15 Minuten wer wird denn noch in der gleichen Lobby sind ja das war jetzt gottlang meinlich ja das war jetzt eine Einladung ja das war jetzt eine Einladung neben mir ist irgendeine komische ähnliche Kasse das ist meine echt wirklich also heute ist echt da oben drinnen kann das sein jetzt will ich nicht ja das ist ja ja das war jetzt ich weiß auch ja ich bin genau ich bin ich bin nie ich bin ich bin es ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin